Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video lernst du die allerwichtigste Sache kennen, wenn es darum geht, dein Leben zu verändern bzw. dein Leben zu verbessern. Und ich bin mir natürlich bewusst darüber, dass du wahrscheinlich etliche Bücher kennen wirst, du wirst etliche Videos kennen, die über ähnliche Themen reden. Die Krux an der Sache ist, dass die meisten Menschen, die Bücher darüber schreiben, Videos über das Thema drehen, sich oftmals auf eine kleine Nische positioniert haben, zum Beispiel Geld verdienen durch Kryptowährungen, zum Beispiel gesundheitliche Entwicklung durch Yoga oder erfülltere Beziehungen leben und so weiter. Und das ist alles super, das ist alles gut. Erfahrungsgemäß sind diese Menschen aber nicht auf den Kopf gefallen, was Marketing betrifft, und so führt das dazu, dass jeder einzelne dieser Menschen dir natürlich sagen kann, warum dieser eine Bereich zufällig der wichtigste im Leben ist und du deine gesamte Aufmerksamkeit diesem einen Bereich widmen solltest, in dem dieser Mensch zufällig tätig ist. Und das macht auch Sinn, so funktioniert Marketing und jeder Bereich im Leben hat definitiv seine Daseinsberechtigung und es ist wichtig, auf verschiedene Bereiche im Leben zu blicken. So ist es natürlich schön, wenn man Geld hat, aber was bringt einem Geld, wenn man gleichzeitig krank ist? Es gibt diesen Satz, wer gesund ist, hat viele Wünsche, wer krank ist, nur einen. Und wenn du schon mal krank warst, dann wirst du das wahrscheinlich bestätigen können. Gleichzeitig wirst du aber auch schon mal gesund gewesen sein und hattest vielleicht irgendeinen Wunsch, irgendeinen Traum, irgendein Ziel oder irgendwas anderes, wolltest vielleicht jemandem aus deiner Familie helfen in einer gesundheitlich ungünstigen Situation, wo Geld vonnöten war und vielleicht hattest du nicht genug Geld. Vielleicht sind alle deine Freunde in Urlaub gefahren und du konntest nicht mit. Vielleicht hättest du durch eine teurere oder bessere ärztliche Betreuung einem Familienangehörigen helfen können, aber du hattest kein Geld. Natürlich hat Geld seine Daseinsberechtigung und es macht Sinn, dich damit zu beschäftigen. In diesem Video möchte ich aber nicht noch einen neuen Bereich öffnen und mich daran anketten, um dir zu sagen, der letzte Bereich der Spiritualität oder whatever ist der wichtigste, sondern ich möchte so eine Art Dach über diesen verschiedenen Gebäuden beziehungsweise Bereichen bilden, um dir zu sagen, okay, es gibt eine Sache, die wichtig ist für alle Bereiche im Leben, unabhängig davon, ob es das Thema Gesundheit ist, erfüllte Beziehungen ist, Karriere ist, finanzielle Intelligenz oder whatever. Klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, aber das ist die eine Sache, die ich für mich nach jetzt über zehn Jahren Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich als am wichtigsten für mich herausgefunden hat. Es gibt einen Satz, an dem du dich orientieren kannst, was auch ich gemacht habe, und zwar die Aufgabe für uns als Mensch ist es, uns von einem reaktiven zu einem proaktiven Wesen zu verändern. So, der eine oder andere, für den mag das jetzt etwas zu spooky klingen, deshalb möchte ich das hier nochmal ein bisschen menschlicher, humaner oder einfacher herunterbrechen, denn alles, was dieser Satz aussagt, ist, dass die meisten Menschen reaktiv leben. Irgendwas in der Umwelt passiert, sie reagieren darauf. Sie werden gekündigt, sie reagieren darauf. Hektisch, panisch, suchen jetzt schnell nach einem neuen Job. Sie werden krank, versuchen auf einmal hektisch und panisch irgendwas zu machen, um möglichst schnell wieder gesund zu werden. Ihnen passiert XYZ, sie versuchen, das irgendwie zu verändern, zu verbessern. Der Partner trennt sich, jetzt stehen sie da und sagen, oh mein Gott, ich bin Single. Die meisten Menschen leben unbewusst. Die meisten Menschen leben reaktiv auf die Ereignisse, die da draußen in der Welt passieren. Das ist ein Stück weit normal und du wirst das auch an ganz praktischen Beispielen kennen, vielleicht beim Autofahren, dass du irgendwann auf einmal an deinem Ziel ankommst und denkst, Mensch, wer hat die letzten 15 Minuten das Auto gelenkt? Denn wir nehmen am Leben teil, aktiv, physisch und psychisch, sind aber mental manchmal ganz woanders. Und das führt dazu, dass wir blind werden. Wir werden unbewusst und wir sehen gewisse Muster in unserem Leben nicht, die aber nach dem Ursache-Wirkungs-Prinzip die Ursache für gewisse Auswirkungen in unserem Leben sind, die sich immer wieder wiederholen. Und da erzähle ich dir nichts Neues, zumindest an den Mustern, die du vielleicht auch in deinem Leben erkennst. Das kann sein, dass da vielleicht jemand chronisch pleite ist. Vielleicht kennst du wen in deinem Bekanntenkreis, in der er über 10 oder 20 Jahre hinweg chronisch pleite war. Der hatte nie Geld. Vielleicht kennst du aber auch jemanden in deinem Bekanntenkreis, der seit 10 oder 20 Jahren immer Geld hatte. Beide haben dieselben Finanzkrisen durchlebt, die von 2008 oder dieselben Inflationen oder ähnliches. Beide hatten zu einem gewissen Teil dieselben Umweltumstände. Aber der eine war vielleicht chronisch pleite, der andere chronisch reich. Du wirst es vielleicht auch kennen, dass du wen im Bekanntenkreis hast, der verschiedene Beziehungen hatten und alle Beziehungen waren toxisch. Alle Beziehungen waren irgendwie giftig und durchtränkt von wenig Wertschätzung, von Respektlosigkeit und geprägt eher von einem Gegeneinander als von einem Miteinander. Eventuell wirst du aber auch Leute kennen, die vielleicht auch mehrere Beziehungen hatten, aber alle waren gefühlt harmonisch, wertschätzend, liebevoll und erfüllt. Kann Glück sein, aber vielleicht gibt es auch was, wir werden gleich darauf kommen, was manche Menschen richtiger machen als andere. Und vielleicht kennst du auch Menschen, denen es permanent schlecht geht, die permanent irgendwas haben, körperlich oder Menschen, denen es vielleicht durchgehend ganz gut geht, unabhängig davon, ob die mal krank sind oder mal hoffentlich die meiste Zeit gesund sind. Das heißt, jeder Mensch in dem Leben, bei dem wiederholen sich verschiedene Muster oder zeigen sich verschiedene Muster. Beruflich dasselbe, du wirst Menschen kennen, die beruflich die ganze Zeit ganz cool sind mit ihren Chefs, mit ihren Mitarbeitern oder mit ihren Arbeitskollegen, auch wenn sie die Stelle wechseln und eventuell kennst du auch Leute, die immer wieder in Jobs geraten, wo sie blöde Mitarbeiter haben, einen blöden Vorgesetzten und sich überhaupt nicht verstehen mit den anderen Menschen, die dort arbeiten. Das heißt, wenn wir hier einen Strich ziehen, was ich dir sagen möchte, jeder Mensch in jedem Leben hat gewisse Muster. Es gibt gewisse Muster im Leben, die sich immer und immer wieder wiederholen. Solange du unbewusst bist oder reaktiv bist oder auf Autopilot fährst, wie man so schön sagt, bist du blind, diese Muster zu erkennen. Und solange du blind dafür bist, diese Muster zu erkennen, wirst du vom Leben mit diesen Mustern überrascht werden. Du wirst dir denken, schon wieder eine toxische Beziehung, wie so immer ich. Du wirst dir vielleicht Sachen denken wie, schon wieder so ein Chef, schon wieder so blöde Arbeitskollegen, schon wieder so eine blöde Partnerin. Solche Sachen wirst du dir denken, solange wie du unbewusst lebst, wie du reaktiv bist. Das Leben wird dir ungerecht vorkommen. Und ich kann das verstehen, denn bei mir war genau das der Fall. Ich habe viel erlebt, was nicht schön war und hatte das Gefühl, die Welt ist gegen mich. Das Leben ist ungerecht. Irgendjemand, Gott, die Umwelt, die Mitmenschen, irgendwer meint es nicht gut mit mir. Und ich hatte das Gefühl, es hatte sich gegen mich verschworen. Das Leben oder ich war verflucht. Ich konnte es mir nicht erklären, aber das war mein Empfinden. Das war mein Eindruck. Und ich war mir sicher, jedes Mal, wenn sich irgendwie ein Muster wiederholte in der Vergangenheit, dass das nur Bestätigung dafür war, dass ich verflucht bin, das Leben es nicht gut mit mir meint oder sonst was. Das ist die Krux an der Sache. So öfter sich ein Muster wiederholt, umso mehr festigt sich das natürlich in unserer eigenen Wahrnehmung. Irgendwann musste ich erkennen, dass es eine Sache gab, die ich dabei übersehen habe. Ich lebte relativ unbewusst. Ich lebte auf Autopilot und ich habe nicht gesehen, dass das alles Auslöser waren, Muster waren, also dass das Auswirkungen waren und Muster waren, die sich immer wieder wiederholten. Aber ich habe die Ursache dafür nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, warum das passiert, was passiert. Es war damals einfach für mich und lag auf der Hand zu sagen, es ist Schicksal, ich bin verflucht, irgendwer meint das Böse mit mir, denn das war der easy way. Das war einfach, das zu glauben oder zu denken, denn in dem Moment, solange ich das gedacht habe, habe ich nicht die Verantwortung übernommen, denn ich hätte es damals, glaube ich, auch nicht ertragen können, zu glauben, dass ich verantwortlich dafür bin, dass mir diese Dinge widerfahren. Und bei vielen Menschen ist das heute noch so. Das ist auch nicht schlimm, das ist auch nicht verwerflich. Aber solange wir nicht aktiv was gegen diese Muster machen, die sich in unserem Leben wiederholen, solange widerfahren wir immer dieselben oder ähnliche Schicksalsschläge. Die Muster wiederholen sich. Wie gesagt, egal ob im gesundheitlichen Bereich, im finanziellen Bereich, im Beziehungsbereich, im Karrierebereich, das ist egal, die Muster wiederholen sich. Und was wir machen müssen, ist jetzt, und da komme ich zurück zu dem Satz, uns von einem reaktiven zu einem proaktiven Menschen zu verändern. Was dafür notwendig ist, ist zuallererst, wir müssen diese Muster erkennen. Es gibt einen uralten deutschen Satz, der heißt, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Wir benutzen den manchmal etwas mit einem sarkastischen Unterton, aber das ist der Punkt. Denn solange wir nicht sehen, was die Ursache ist für die Auswirkungen in unserem Leben, solange werden wir glauben, dass es Schicksal ist, dass es Zufall ist, dass wir nichts dafür können, dass wir diese Sache nicht in der Hand haben und nicht steuern können. In dem Moment, wo wir das einsehen, wo wir sehen, was Grund dafür ist, wo wir sehen, was die Ursache dafür ist, bekommen wir die Zügel in die Hand. Wir sitzen am Steuer unseres eigenen Bootes. Wir haben die Möglichkeit, den Kurs zu ändern. Und genau diese Sache erreichen wir über Achtsamkeit. Je stiller wir sind, je stiller wir in uns hineinhorchen, je achtsamer wir leben, umso eher erkennen wir diese Muster aus Ursache und Auswirkung und umso eher können wir diese Muster berechen. Das ist die wichtigste Sache, wenn es darum geht, dein Leben zu verändern und dein Leben zu verbessern. Wir müssen die Ursachen erkennen für die Auswirkungen in unserem Leben, um diese dann ändern zu können. Dafür müssen wir rauskommen aus dem Autopiloten, aus der Unbewusstheit und das machen wir über die Stille und über Achtsamkeit. Es klingelt, das war das Ende des Videos. Ich hoffe, du könntest was daraus mitnehmen, wie du das machst, wie du das lernst. Darüber habe ich hier einige Videos auf diesem Kanal. Wenn dich das interessiert, wenn du weitere Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Ich bin gerne bereit, individuell darauf einzugehen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Bis dahin. Adios.